Servus und willkommen zurück zu Let's Play Brick Force ja wie ihr schon garantiert sehen könnt wir spielen gerade auf dem Apple Lager No Nates so ja wir spielen jetzt auf dem neuen PC ja das hätte er wirklich vorher sagen sollen ach du heilige Scheiße ah der Kerl ist bei den Gegnern ok ja was gibt's Neues momentan nicht so viel außer ach du heilige wir bist schön also ich bin der Gälle also wir bist schön irgendwann ein paar Gegner die uns gerade auseinander rupfen wie ich sehe so komm komm stirb danke danke dir nicht so äh rein da und noch Narko 7 geholt so den auch nochmal schnell achten 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 ich das waren gerade 2 auf 1 oder das waren gerade 2 auf 1 oder das ist ja unfair naja ich hab Premium insofern insofern kann man ja auch ein Auge wieder zudrücken aber was nicht gerade so fair war ist ich wollte doch namen wie die Pussy ich wollte doch wie eine Pussy namen Und so einen lässt man auch in Ruhe naden. So, hier schmeißen wir nochmal zwei Nade, eine Nade rein. Da oben lassen wir auch noch... Was? Was? Hä? Hä? Was ist gerade passiert? Ich bin gerade so ein bisschen hier mal da, mal da und mal da. Keine Ahnung, was gerade los war. Dann ist das Video hoch. So, also Leute, immer dran denken, wenn ich ein Video aufnehme. Also für die, die öfter dabei sind oder so. Ich nehme das immer an... Also das wird immer an demselben Tag hochgeladen, wann ich es aufnehme. Aber die Zeit kann ich euch nie sagen. Weil ich mache das immer so ein bisschen, weil ich nehme ja auch andere Videos auf. Und die muss ich ja vorher auch durch Handbrake durchladen und so. Und da kommt es immer drauf an, welches Video ich sozusagen als erstes durch Handbrake, jage, um es danach sozusagen... So. Komm. Was? Ja. Nice. Ein Viererkill. Komisch, diesen Satz hatte ich doch schon mal. Ich habe ein kleines Déjà-vu. Aber ich kann nicht sagen, woher. Also sowas mag ich, solche Scherze mag ich immer. Ähm. So. Done. Nice. Fuck this shit. So, warte mal. Ich habe positiv. Leute, ihr müsst was ganz schnell ändern. Ich bin positiv. Ja, komm. So. Ähm. Im Grunde, ich habe eigentlich kein großartiges Thema vorbereitet. Außer halt eben, dass ich jetzt auch wieder die alten LPs aufnehmen werde. Äh. Heißt, als erstes voraussichtlich wird erstmal nur Star-Konflikt wieder anlaufen. Aber ich glaube, das wird, äh, generell ein paar Leute, glaube ich, erfreuen aus meiner Community. Ähm. Was ich dann noch sagen wollte, ist... Skyrim zum Beispiel, äh, da muss, da muss ich wirklich noch gucken, weil da wollte ich erst mit Thumbnails anfangen. Und mit Star Wars Knights of the Old Republic, ähm, weiß ich auch noch nicht so genau, weil das sind so zwei Spiele, dafür hätte ich gerne schon vollwertige Thumbnails. Weil ich diese beiden Spiele auch gerne wiederholen würde, also nochmal neu anfangen möchte, um, äh, also Star Wars Knights of the Old Republic muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist so ein Spiel, das müsste ich jetzt nicht unbedingt neu anfangen, aber Skyrim würde ich sehr gerne neu anfangen. Das liegt vor allen Dingen deswegen, weil mein Account da auch ziemlich am Arsch ist. So, dich hatte ich für einen Gegner gehalten. Ach du, Heilige. Richtig, ich bin hier los. Guck, hier passiert so viel. So, ähm, ansonsten werde ich halt eben, ich glaube, ich habe ja auch in der letzten Folge ja schon benannt, wegen Livestreams und so weiter. Ich glaube, ich werde den ersten Test-Livestream, also das wird jetzt nur ein reiner Test-Livestream. Lasst euch da jetzt nicht irgendwie, glaubt jetzt ja nicht, dass das irgendwie was Professionelles wird. Ähm, glaubt nicht, dass das irgendwas Professionelles wird, sondern, ähm, das wird halt eben rein zum Test. Ich glaube, ich werde das irgendwann mal am Wochenende machen auf YouTube. Das wird vor allen Dingen technisch sein, ähm, damit ich so ein bisschen weiß, wie das dann alles funktioniert. Insofern, ähm, erhofft euch da jetzt nicht so viel, erhofft euch da jetzt nicht sofort so diesen, das Delala Creme von The Best of The Best oder wie auch immer. Sucht euch was aus, ähm, so. Äh, der, äh, 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 äh. Bewege ich mittlerweile schon wieder Leute dazu, Big Force wieder zu spielen, oder was? Zwei Jahre inaktiv. Danke, äh, äh, ich wir... Ach so Ich hab den Kerl dazu bewegt So Ja das freut mich natürlich Wenn ich Leute wieder dazu bewege Dass die Vor zwei Jahren war noch Da gab es keine Ja das kann durchaus sein Wenn man nicht on ist kann man durchaus im Shop Einkaufen gehen deswegen Ich weiß dass das übrigens Ein Chatkill höchstwahrscheinlich gerade war aber das war mir So ein bisschen Aber das war mir so ein bisschen egal Deswegen Insofern Ja So Alter wie viel Alter ist ja wie auch so ein Vierer Hier ist Zwei Monate Ja gut Damit schau bis zur nächsten Folge Die war jetzt immer wirklich echt schnell vorbei Ich glaube ich muss wirklich anfangen mit den 20er Folgen Und ich mit meinem neuen Rechner glaube ich Wird das auch sehr gut gehen Insofern ciao bis zur nächsten Folge Auf Wiedersehen